Bei der Geschichtenleiste handelt es sich um eindrucksvolle Technologie, mit der Kinder Dinge in korrekter Reihenfolge anordnen, visuelle Handlungsstränge erstellen, Frage- und Antwortspiele spielen oder Zeitleisten entwickeln können. Die sechs Bilderrahmen werden mit Bildern bestückt, die dann beschrieben und mit einer entsprechenden Aufnahme versehen werden. Für jedes Bild ist eine bis zu zehn Sekunden lange Aufnahme zur Beschreibung des Inhalts möglich. Die Kinder können die Bilder horizontal oder vertikal ein- und anlegen. Die Aufnahme oder Wiedergabe einer Nachricht wird durch Drücken der Tafel ausgelöst. Wenn die Kinder die Tasten selbst drücken, sind sie sich besser ihrer Position in der Folge bewusst. Ein toller Begleiter für wissenschaftliche Aktivitäten, Alphabetisierung und Phonetikaufgaben. Das Gerät fördert zusätzlich die Kommunikation in jedem Klassenraum, kann als visueller Stundenplan dienen, damit die Schüler wissen, was sie an diesem Schultag erwartet.